Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Megaplay Together in Life is Feudal. Ja, wir sind auf eine Eisenader gestoßen und ja wir sind immer noch alle am Start hier wie in der vorherigen Folge. Was geht ab Jungs? Sag mal Hallo! 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 Gib uns das Eisen! Hallo! Ich bin im Internet! Hallo, mach mal ein Loch weg! Ich muss dicken Leute, wir müssen hier ganz viel dicken! Ich bin hier der Dicke, Alter! Ja, ich geh mal mit dem Sanoxe hinter, wir kümmern uns mal um die Holzvorstände. Ja, jetzt kommt eigentlich die Gruppeneinladung, die Gruppeneinladung bräuchten wir noch. Ich hab dich schon, ich hab alle eingeladen. Ne, ne, ich hab keine gegessen. Reggie ist noch nicht drin, ne. Ich auch nicht. Was? Ich hab 28 Eisen gewonnen. Wo? Wie? Eisen, Eisen. Wo hast du's gefunden? Oh, Entschuldigung. Hier, hier! Genau jetzt hier, wo ich draufstehen empfehle ich. Echt? Lol! Ich kann dich einladen, Charakter ist offline. Okay? Was? Oh! Alles klar, ne? Was soll denn Eisen sein? Was soll denn Eisen sein? Charakter ist offline. Okay. Ich bin offline. Naja. Vielleicht weil du G.M. bist. Darf ich ein Haus bauen jetzt? Ich bin der nächste Bauer hier. Wir beide buddeln ja hier gerade. Ich bin der rechte. Ich möchte das Eisen sehen. Hab ich dir Erlaubnis ein Fachwerkhaus zu bauen? Aber ich seh keinen von euch auf der Minimap, ja. Okay. Aber Leute, lasst das Eisen mal nur von Leuten auch abbauen, die den Skill brauchen, ne? Weil die müssen das ja voranbringen. Ich brauch den Skill. Achso, du brauchst den Skill. Ah, okay, okay. Wozu hast denn Nico? Luke, hat sich das erhöht bei dir? Das kann ich dir auch nicht einladen. Ja, das hat sich total erhöht bei mir. Ich weiß nicht, wo er steht. Hä, ich brauch auch mal, ich brauch auch mal. Ja, hier steht er doch. Hier ist er doch. Hier ist er doch. Hier. Ey, du bist behindert, oder? Ich hab... Bist du blind? Er steht direkt hier. Hier, 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 hier. Rage AT Rising und so. Hier, genau vor mir. Guck mal hier. Der hier. Der hier. Den ich gerade headbange, weißt du? Hier steht keiner bei mir. Was? Wie, da steht keiner? Lol? Das hier runter. Genau, hier, hier. Genau, wo ich hingucke. Da steht einer. Hier steht keiner bei mir. Woll. 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 Das ist die Alpha halt. Woll. Auch nicht schlecht, ey. Also bei mir steht hier direkt einer vorne. Hier werden wir auf diesem ganzen Berg, wenn ich zurückgehe, nur vier Leute angezeigt. Hier sind aber fünf. Ja. Mit dir sechs. Luca, Luca, hör mal auf. Ich brauch noch ein bisschen Leisen. Hör mal auf. Und hier ist eine Gruppe bei mir. Der hat keinen Namen. Das wird Nico sein wahrscheinlich. Luca. Top, Leute. Keine Ahnung. Kurios Sache. Müssen wir vielleicht, was weiß ich, Game neu starten, aber... Ja, normalerweise, wie gesagt, Leute, kann man Gruppen machen. Da sehen wir uns auch alle auf der Minimap und... Ja, er stand ja gerade, er stand ja gerade hinter dir und er hat sich nicht gesehen. Also, kurioser Alpha-Bug. Ja. Muss man sich dran gewöhnen. Alter, wenn jetzt hier ein Deathgang kommt, der... Oh. Das ist Eisen hier? Was? Nein, das ist kein Eisen. Wo ist denn das... Ich möchte das mal sehen. Da unten... Da unten sind auch kleine... Ah, perfekt. Guck. Warte, warte, warte. Wir hatten jetzt das Eisen gefunden. Wo ist die Erde? Luca hat Eisen gefunden. Ich hab wohl 50 Eisen. Wo hast du das denn her? Ey, seid so... Benno, du hast... Das war auf der Oberfläche. Wieso? Wieso killst du den Apfelbaum? Warte, das ist ein Apfelbaum. Ja. Leute. Das sind die Einzigen, die ich fällen kann. You cannot dig in the part of the tunnel. Hey, warum kann ich das nicht machen? Das ist Eisen. Guckt doch mal. Das ist doch Eisen. Leute. Ich kann gezielt nach Eisen suchen. Ich kann gezielt nach Eisen suchen. Geht doch mal alle weg aus diesem Verpissen. Verpisst euch doch mal jetzt. Das ist Eisen. Halt mal die Reise verpissen. Ich kann es meinen. Ich kann es meinen. Ich stehe nicht ab. Leute, Leute. Jetzt mal Ruhe. Jetzt mal Ruhe. Ruhe, 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 man. Bei mir ist erst die Option Mining. Ja, bei mir auch. Ja, guckt euch das doch an. Das reflektiert. Das ist Eisen, man. Wieso kann ich denn hier nicht buddeln, verdammte Kacke? Weil du keine Spitzhacke vielleicht an... You can not dig in the part of the tunnel. Warum? Das wird manchmal auch, ist es ein Bug, dass du nichts abbauen kannst. Das habe ich ja auch. Doch mal ab jetzt. Jetzt reicht es. Das baue ich mir jetzt und stelle ich euch ab, Mann. Ich glaube, ich sehe nicht alle nicht, Digga. So, mach ich mir jetzt ein Knife. Nico, man kann dich wahrscheinlich gar nicht sehen. Ja, wahrscheinlich sieht man dich nicht. Weil Synoxe sieht dich nicht und die anderen sehen dich wahrscheinlich auch nicht. Endwisse bis weiter. Du bist der Ghost, ja. Okay, ich will mal gucken, wenn ich jetzt unsichtbar bin, ob ich euch einfach so einabstechen kann. Bin ich mal gespannt. Also, ich sehe dich. Mach das mal bei Synoxe, weil Synoxe sieht dich nicht. Ja, Jens ist dran schuld. Genau, der ärgert mich hier gerade. Nico, ich sehe dich nicht. Wir haschen dich alle. Ignorieren wir dich einfach. Was fühlst du mir, ey? Wenn ich dich nicht sehen kann, kann ich dich nicht sehen, jo? Rage Mode 1. Ey, wie kann ich das Messer ausrüsten? Das ist jetzt die Frage. Die Schublade gehen muss ein Messer ausrüsten. Das ist kompliziert. Oh, jetzt sei leise. Irgendwann töd ich dich noch, Mann. So, Mann. Ich bin schon wieder kein Baum A hier. Jetzt hast du das Messer wieder eingestellt. Wie kann man das jetzt verarbeiten? Das ist alles nicht. Das ist voll schwer. Das ist voll schwer. Gibt das Anatol. Gibt das Anatol. Ich fresse jetzt Cookies. Ja, gib mal einen her. Ich warte am Lagerfeuer. Mit Bacon, ja? Ey, Bennu, wie kann ich die Waffe wechseln? Cookies mit Bacon. Bennu, wie kann ich die Waffe jetzt wechseln? Du drückst R für Kampfmodus. Aha. Und dann drückst du 1, 2, 3, 4. Je nachdem, wo die Waffe ausgerüstet ist, siehst du ja linke Hüfte, rechte Hüfte, linker Rücken, rechter Rücken. Wo ist Jens? Warte mal, ich mache jetzt einen hinterhältigen Stealthkill bei ihm. Er sieht mich ja nicht. Das ist, weil ich dann blute. Achso. Okay. Aber ihr seht mich, ihr beiden, oder? Aber ich glaube, man blutet nicht. Aber du wirst uns halt feindlich, du kriegst, man hat doch eine Gesinnung. Man wird verletzt und hat dann links seinen Charakter und hat die Stichwunden. Wenn du Leute einfach angreifst, dann bist du ein schlechter Mensch. Du kannst praktisch ein Bandit werden. Ah, okay. Gut zu wissen. Was hast du da gemacht? What the fuck? Was denn? Das ist die Palisade. Geil, Mann. Wo denn? Ui, geil. Und sie kann fliegen. Sie, sie, sie kann fliegen. Wir brauchen ja immer noch einen Fass, was zum Storchen soll. Ich guck gleich mal hin. Ey, Luca, du tust aber einfach nur auf das Ding da gehen und dann ist dein Skill damit erhöht, oder wie? Ach ja, ich hab jetzt... Warte mal. Du brauchst halt Prospecting auf 60, ne? Ach du Scheiße. Mein Prospecting muss vorher auf 60 sein. Ja, ja, ist es schon. Leute, Leute, Leute. Ich hab grad so einen riesen fetten Baum gefällt und dann kommen so zwei dünne Baumstämme raus. Das war grad so lustig. Man kann nur einen gleichzeitig tragen, gell, so einen dicken Baumstamm, ne? Ich hab auch ne Quelle entdeckt, Leute. Ich hab auch ne Eisen-Quelle entdeckt. Oh, fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch richtig nice. Oh mein Gott. Das Eisen-Zeitalter. Yay. Aber mein Skill erhöht sich irgendwie nicht. Hört sich irgendwie. Luka hat sich einer erhöht? Guck mal, drück mal L. Ja, nein. Du musst. Bei mir hat er sich nicht erhöht. Aber jetzt kann ich. Joho, hier bin ich wieder. Ja, mein Game ist gecrashed, Leute. Ja. Ist halt ein Alpha, ne? Ich schalte wieder ein im Team-Speak und so. Der Faller kam erst mal hin und hat gesagt, fast einen dicken Sack. Einen dicken Sack. Ich bin wieder back im Game. Mongo ist fertig kacken? Ja, ich bin fertig kacken, ja. War Alpha-like so, ne? Halt, äh. So bockt hier noch selbst in Berlin aus. Lieber Schmied Herr Anatol, Trollbob Noob Junior. Komm mal bitte zu unserer Mine. Und tu mal die ganzen Sachen, die wir hier rumgeworfen haben, einsammeln. Dass wir mehr reinpassen. Und bring die mal zu deinem komischen Kackofen. Ja, warte, warte. Ey, wenn ihr weiter so viele Bäume hackt, dann haben wir irgendwann gar keine Bäume mehr. Ich bin doch grad dabei, mir eine Schaufel zu machen. Ich brauch Holz, Mädels. Ich brauch Holz. Das ist doch meine Aufgabe. Wo ist der Ofen? Ich brauch den Ofen. Wir haben genügend Holz im Lager. Ich hab da so viel gesammelt. Ich hab nen Ofen gebaut. Jaaa. Aber ich hoffe, der ist im Lager. Für uns alle. Wo ist der? Ich hab doch schon seit 20 Stunden nen Ofen stehen. Und ich hatte ja gesagt, dass ich so der Waldmensch bin. Ich werd Bäume halten und wieder einfüllen. Ist dieser Stein dann Ofen? Da hinten hier bei den zwei Häusern, da hinten ist ne Ofen. Aber du solltest eigentlich, ich meine, Holz ist halt dein, dein Farbenberuf. Aber du solltest ja dann auch Holz weiter verarbeiten können. Carpentry. Oh ja, das mach ich auch noch. So Zimmermann oder so. Ist der Ofen. Ich mach mir lieber ne Säge jetzt ne? Ja klar, ich mein wirklich mehr als 60 Holz brauchst du ja eh nicht. Also theoretisch ja, ne Säge und dann verarbeite die Stämme. Äh, hab mich erklickt. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ups halt. Also hier nochmal für meine Zuschauer. Drossen. Ich bin gerade dabei einen Stuhl zu bauen. Ich hoffe es funktioniert. Weil ich hab keine Ahnung, was man für Materialien für diesen Stuhl braucht. Äh, es funktioniert jetzt einfach. Ich wollte vorher ein Fass kreieren. Das ging vorher im Wald, komischerweise. Aber hier geht es jetzt nicht. Jetzt haben wir hier dieses wunderbare Baumenü mit diesen Kästchen hier. Dieses Kästchen hier, das gelbe habe ich zuvor ausgewählt. Und ähm ja, dann kann ich in diesem Kästchen hier diesen Stuhl verschieben. Hoch, runter, rechts, links, oben, unten und so. Ja, außer oben, unten. Das geht hier doch nicht. Ähm. Ja und jetzt werden wir den schön hier hinsetzen. Dann sieht das Ganze noch etwas gemütlicher aus. Ich bin auch hier. Ah ja, 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 alles klar. Okay, klicken. Ich baue einen Stuhl. Haha. Stuhl. Oh, noch ein Zimmermann. Oh, hier einmal Anatol. Ähm. Das dauert zwei Minuten beim Frühstuhl. Das ist relativ unwichtig hier. Guck mal, der Luca hat auch das liegen. Drei Minuten. War das jetzt? Drei Minuten erst einmal. Bis der den Stuhl gebaut hat. Aber du kannst mir Luca seine Sachen einsammeln. Rechts vor dir. Wer hat denn jetzt von euch das Mining schon auf 60? Keiner. Keiner? Schade. Warum? Was brauchst du? Wir brauchen nach TV Nägel. Wo ist denn Mining 60? Ja, aber wir haben doch schon Silber. Oder brauchen wir Mining auf 50? Egal. Wir brauchen halt Smelting. Weil wir müssen ja das Eisen dann auch weiterverarbeiten. So, ich habe jetzt mein Eisen in den Ofen getan. Ich hoffe, daraus wird irgendwie was. Hä? Dafür brauchst du aber welchen Ofen? In den Killen? Oder wie das Ding heißt? Und hier Anatol, ich gebe dir... Tu mal alles einsammeln hier. Ich gebe dir gleich ein paar Sachen. Moment. Wo kriegen wir denn Knochenkleber her, bitte? Also, du bist noch der Besitzer für zwei Minuten. Ah, Lars, gerade baust du einen Stuhl? Okay, da kommen wir in zwei Minuten wieder. Ja, ja, ich hatte vor einen Stuhl zu bauen. Wo kriegt man Knochenkleber her, Leute? Ja, den habe ich auch schon gesucht. Ich weiß auch nicht wo, ja. Knochenkleber, das klingt so, als müssen wir irgendwas töten. Ja, mich am besten. Nee. Ja, kann man Knochen vom Fischen nehmen? Nee, gell? Warte mal, Arthur. Ich tu mal ganz kurz dieses Eisen einfach mal in den Ofen. Luca, du hast auch in den Ofen getan, gell? Fische haben keine Knochen. Die bestehen aus Knorpeln und Gräten. Ja, klar, ich meine Gräten vielleicht. Keine Ahnung, gibt es irgendwo ein Wildtier in der Nähe? Ich habe noch kein einziges Tier gesehen. Nee, auf unserer Insel ist, glaube ich, ausgestorben. Ja, dann müssen wir eigentlich mal so demnächst, ich weiß nicht, so in den nächsten Folgen irgendwann mal so ein Raid machen, so aufs Festland und alle Spieler mitnehmen und alles wild und so. Ja, wir haben ja nicht mal richtige Palisaden dastehen. Ja, nee, wir raiden Wölfe, das meine ich damit. Keine Spieler, ja. Ich meine Raiden in dem Sinne von Nahrung. Wo ist eigentlich der Ofen, Leute? Weil es ist schon kacke. Der Ofen ist am Haus. Ein, zwei Häuser und Kitten, genau da. Weil es ist schon kacke, man. Stuhl und so, ey. Ja, klar. Aber ich höre, muss sein. Ja, Stuhl muss sein, ey. Und wenn es die Toilette ist, wird es dann nicht mehr. Was, Stuhl muss sein? Einen Klappstuhl ausgraben. Stuhle muss sein. Ja, aber probieren wir. Leute, wir können auch Flint in den Ofen tun. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Das interessiert mich jetzt mal. Flint Beast Road. Gebackstein. Alter, gib mit Flint lieber. Ich brauch das für ne Säge. Äh, das kannst du dir selber finden. Wir lassen es erstmal im Ofen. Und anscheinend müssen wir auch darauf achten, dass der Ofen nicht irgendwie zu heiß ist. Sonst wird unser Material nicht so wie es sein soll. Man muss irgendwie die Hitze kontrollieren. Das ist ja in deinem Fall, Anatol. Da musst du aufpassen drauf. Wo ist denn der scheiß Ofen, Mann? Der ist hinter dem zweiten Haus. Ich muss sagen, so. Erzähl. Wie geht's denn eigentlich unserem Angler? Genau. Äh, na ihr habt ja gesagt, ich soll das jetzt nicht machen. Ich bin jetzt von Anglern auf Farmen umgemacht und werd jetzt Farmer. Ja. Ja. Ähm. Oha, du kannst du das noch nacken. Irgendeiner hat im TS gerade böse gelackt. Ja, das war Benno. Das war nicht das Ding. Das war einfach eine Raumzeitverschiebung. Das war mein Grafikartentreiber, der stützt irgendwie alle zwei Minuten ab. Okay, nice. Cool. Ne, was ich sagen wollte, die Hütten, die sehen schon echt cool aus, ey. Schön verschönert so mit Laub und alles. Ich mach nie mehr wieder Hausaufgaben. Ich hab das ganze Königreich verraten. Scheiß auf Hausaufgaben, Alter. Was für Hausaufgaben. Ich werd den scheiß Königdienst mal irgendwie vor die Füße schieben. Ich werd ihm vielleicht nen Fuß abhacken und an unsere Wand nageln. Der Sascha, Sascha sagt... Nein, der Sascha, der ist auch... Der Sascha, der ist... Ne, das war's. Der ist kaputt gegangen. Ich möchte nichts mehr davon wissen, Luca. Das waren dunkle Erinnerungen, die du hier gerade sagst. Ja. Der wurde in die Eier geschossen. Ja, ich kann eine Festung bauen. Der König, Alter. So ein... Was? Ja, ey, wenn ihr große Sachen baut, so wie Palisaden und so. Sagt mal vorher Bescheid, ne? Weil ich würd's auch gern sehen, so, wenn ihr irgendwas dickes, fettes baut und so. Ja, ich brauch halt nur Material. Ich kann halt so ein riesen Festung bauen. Holz. Alter, wo hast du überhaupt hier so viel Holz, ey, verdammt? Ja, ich hab halt Holz nicht. Ich kann's doch gar nicht tragen. Du bist doch... Der Behinderte denkt dich echt aus. Oh, ich klicke euch echt einen Furzanfall vor Wut. Furzanfall? Ja, ich würd's einfach... Hast du Furze oder Trockner? Hier gibt's Iron. Ich hab grad Iron entdeckt. Äh, wie, du hast Iron entdeckt? Ich kann hier nach Dings suchen, nach Eisen. Oha, Iron Man. Ja, was heißt ich hier sofort Eisen? Oh, guckt mal, Leute! Oh, meine Hungeranzeige. Kann ich hier machen. Wiku, das, äh, das... Wiku, das hier, äh, ähm, na, das wärmt dein Herz, wenn du hier siehst. Komm mal her. Ich komme, mein Herz muss mehr werden. Oh, was? Wie, wo? Wo ist denn hier? Ist hier jemand Baumfäller? Ja. Ja, ich. Ich bräuchte mal zwei Baumfäller. Oder ihn erreicht. Ja, aber ich hab den höchsten Level. Glaub mir, ich bring dir mehr. Ja. Ich bin hier beim Hau bei den zwei Häusern. Ja, dafür sind meine Qualitativer besser und so. Wer da strinken tut. Ich hab Markenholz. Nox ist Nox hat Holz von Jahr. Ich brauch die Häuser, die Bäume, äh. Ikea. Die Bäume müssen weg, ja. Poco Domene, ey. Noch besser, Mann. Ikea ist schon lange Geschichte. Äh, bei den zwei Häusern, die, äh, unten stehen. Warte mal, ich muss grad mal das Ding hier abdroppen, hier. Warte mal, wo bist denn du jetzt? Alter, Alter. Achso, Anatol. Du tust da, ähm, genügend Brennholz rein. Ach, hab ich doch, oder? Und dann gehst du... Ich springe gerade. Ja. Ich klicke das Ding rechts an. Steht, you can not do anything with this project. Bei den zwei Häusern und da, glaub ich, links davon. Also Richtung... Ja, weil... Ihr müsst halt Smerting hochfahren. Nicht Richtung Wald, sondern Richtung See. Ihr braucht Smerting, den, 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 den Skill. Den hast du wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, oder? Hier, hier bin ich hier. Anatoly, den müsst ihr höher machen, Anatoly. Nicht Richtung Ofen. Ja, Anatoly müsst ihr halt... Entgegensetzen in Ofen. Was macht denn nur ihr? Ey, ihr müsst mich auch noch mal in die Gruppe einladen, weil ich bin hier, ich bin hier rausgeflogen. So, der Anatoly, der, äh, ist ja unser Schmied. Das heißt, Anatoly, du kommst jetzt einfach mit mir und tust mir mal helfen, ein bisschen beim Minen, okay? Oh, ich freue mich, wir müssen weg hier. Wieso? Ich brauche unheimliche Punkte für meinen Schmied. Ja, aber du kriegst es nur so hoch, und so kannst du dann später dieses Schloss davor machen. Du brauchst das Smerting. Ja, aber wenn zu viele Punkte verteilt sind, kann ich das ja nicht mehr... Du brauchst also was davor machen. Brauchst das, und das ist ja Voraussetzung für Smerting. Äh, hier mal ne Frage, wie viel kosten eigentlich, wie viel Holz für eine Palisade? So, wir sind schon. Danke, Sinoxe, super. Leute, Palisade, wie viel? Bau jetzt hier voll ein fettes Vorhin. Ja, wir brauchen ganz viele Palisaden. Bau mal da hinten, wir hätten eigentlich diese Palisade dahin gemacht. Wer war denn das? Hallo, wer hat denn diese Palisade dahin gemacht? Wohin? Hier hinten. Ganz dahinten, wer hat die dahin gemacht? Die Palisade, Leute, wer hat die Palisade dahin gemacht? Ich! Dann bau mal ab dort weiter. Okay, weiter. Aber der Boden, das sieht doch nicht aus. Kommst du jetzt mal her, Nico? Also wir brauchen auf jeden Fall einen Holzfelder-Channel, wo nur Holzpiller drin sind. Du kannst nichts mit diesem Objekt tun. Ich glaube, das geht nicht, weil du das gefällt hast. Ja, und ich muss in deine Gruppe, deswegen. Ich glaube, du musst mich in die Gruppe einladen. Dann sollte das funktionieren. Ich hatte eigentlich alle in die Gruppe eingeladen. Ja, ich mein Game war doch, mein Game... Ich war doch kacken. Die Noxe? Ich war doch kacken. Kannst du mir noch die restlichen Bäume drum herumfällen? Richtig, der Muskelschwund. Richtig, der Muskelschwund. Super, danke, ich brauch noch die restlichen. Du meinst hier, oder? Heilige kacken, wie Muskelschwund hat mein Charakter, ey. Ganz ehrlich, wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich baue mir einfach eine dritte Axt, dass ich direkt diesen ganzen scheißen Kacke verarbeiten kann. Boah, das ist nervig. Der hier muss weg, der hier hinten muss weg, der muss weg und der besser auch. Also die vier Bäume noch, die müssen weg. Ja, dafür ist mein Charakter noch zu dumm. Ich muss das Logging noch höher bringen. Ich muss Apfelbäume fällen. Ey, Leute, ich muss die Bäume fällen. Wir brauchen nur ein paar Bäume, äh, Bäume innerhalb der Base. Ist schlimm. Hier kann man ja... Oben Bäume, was? Mit einer Schaufel. Ja, und das dauert... Ich weiß nicht, wie lange brauchen so einen Baum mit einem Wachsen. Die gehen schnell. Wachsen? Wie? Wach... Beine wachsen, oder? Ja, Bäume müssen wachsen, Beine, oder? Ja, ja, ne. Weil er sagt, es geht schnell, aber es geht nicht schnell, Mann. Das dauert doch über lange, bis der wächst. Genau, den da. Das war letzter. Super, danke dir. Bitteschön. Jetzt gibt's hier ne riesen Festung. Ja, bevor du platzierst und so, ne? Sag mal Bescheid, ne? Komm schon. Ja, ey, ich... Ich kann's... Ich kann's platzieren, aber ich... Ich brauche halt die Material noch dazu. Ich brauche noch die Material dazu. Da stellst du ja eh erstmal dieses Schild hin und danach, äh... Ey, da gibt's kein Schild, da gibt's nen Grundriss. Zocker davon. Achso, okay. Warte, komm ich mal gleich hoch, ja. Sonst fliegt das doch wieder. Ja, das stimmt, der Boden muss gerade sein, soweit ich weiß. Ja, dann mach den Boden erstmal gerade. Also er muss nicht gerade sein, leider. Aber er sollte, weil es die... Oh, schau! Warte, mach was auch an! Ja, setz uns kacke aus, ja. Ne, der Boden ist gerade, also ich... Ne, was? Need a proper to pick... Oh mein Gott. Ich glaub... In der Axt ist die Spitzhacke kaputt. Ich glaub, Leute, Anatole, ich krieg grad Eisen wie Sau. Äh, ja, ich hab schon 19 Eisen in mir im Winter. Warte mal. Eisen for the wind und so. Ja! Luka, mein Skill geht hoch! Jaaaa! Oh, und ich muss was essen. So viel Holz, Junge. Hey, mein Mining-Skill geht immer... Luka, mein Mining-Skill geht einfach nicht hoch. Ich geh auf Mining-Ding ins Kitchen, aber er geht nicht hoch. Siehst du im Chat, ne, bei System? Müsst es eigentlich stehen? Achtung, geh mal ganz kurz weg von dem Loch, bitte. Ja, da steht ja, wo du Increase hast. Guck, Luka, ich geh auf Mining, dann geh ich auf mein Iron Ore... Und dann geht das nicht. Ja! Also ich... Mein Level geht nicht hoch. Hast du es gelockt? Nein, natürlich nicht. Was steht denn im Chat? Da steht gar nichts. Im System-Chat. Also wo, wo finde ich den? Der Reiter-System. Äh, hab, hab ich ausgestellt. Dann mach ihn... Achso. Na, das... Da würde es dann stehen. Was hochgeht. Hier tut sich, hier tut sich überhaupt nichts. Ich krieg das Ganze zwar gut geschrieben, also das heißt, ich krieg... Ne, ich krieg's auch nicht gut geschrieben. Hä? Ne, kurz, geh mal weg kurz. Wow, sorry. Es dürfen nicht 92 Leute auf einem Block stehen, sonst funktioniert da irgendwas nicht. Warte, warte, warte. Ja, ich krieg's auch nichts, oder Anatol? Nein. Du hast mal platziert. Ne, gerade nicht. Aber am Anfang hast du was bekommen, oder wie? Ne, Luke hat was bekommen. Aber vielleicht geht das... Skill nur am Anfang hoch, oder so? Kann ja eigentlich auch nicht sein. Der ist bei mir ja nur auf zwei hoch gegangen. Aber hast du nur auf zwei, oder wie? Ich hab den Skill nur auf zwei, weil der ist nicht mehr hoch gegangen. Und dann ging auf einmal Smelting an, oder was? Ja, dann ging gar nichts mehr an, dann war's endlos. Aber ihr müsst doch jetzt Smelting haben, sonst könntet ihr doch den Ofen gar nicht benutzen. Also ich hab mein, äh, mein, warte, das ist auf... Wie heißt das, wie heißt das? Smelting, das ist rechts neben Mining. Äh, das ist bei mir, da ist ein Schloss davor bei mir. Echt? Ja, aber ihr könnt den Ofen trotzdem benutzen. Ah, warte, man kann ihn erhöhen. Mit, ähm... Warte, warte, warte. Ich erhöhe grad den Skill, vielleicht krieg ich Smelting dann freigeschaltet. Ich hab jetzt Prospecting auf 65. Äh, Prospecting hab ich auf 82, Anatole. Also da hätt schon lange was getan. Also, Zuschauer, ihr habt gesehen, die Maus, die buggt bei mir ganz schön, ja. Manchmal, wenn man, wenn man gerade was platziert, hier so rechtsklickt und dann ablegt und aus diesem Radius rausläuft hier irgendwie, dann buggt die Maus weg. Ihr habt's gerade gesehen, ja, ich war schon wieder kurz vorm Gamecrash. Aber ich hab's gerade noch so retten können mit blinder Mausführung. Geht auch gut zu rechts in einem System-Chat, aber ist auch nichts. Ist schon auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Wie baue ich eigentlich ein Haus hier? Einfach halt, aber ich meine, okay, ist ja in Ordnung. Eigentlich ist das nicht in Ordnung, weil wir brauchen das Eisen. Wenigst haben wir schon mal, äh, irgendwie, ne? Ich meine, das Eisen bringt uns ja nichts, wenn wir's nicht verarbeiten können. Habik, Monko, wenn du willst, kannst du mir ja helfen. Ja, ich bräuchte auch noch, äh, Gruppen in Wald. Ja, das ist jetzt abgelaufen mittlerweile hier. Hier Leute, wir brauchen mal einen großen Stamm. Guck mal, ich würd mal sagen, bevor die Folge jetzt endet, brauchen wir noch... Mir hilft es, erhöht sich mein Mining. Echt? Ja, ich hab schon auf fünf. Was hast du gemacht, was hast du gemacht, was hast du gemacht? Nichts, ich hab's einfach abgebaut. Ich hab 120 Eisen! Was? Was? Wie hast du das hingekriegt? Lecker! Ja! Mein Mining ist jetzt auf... Vier! Uhuhuhu! What the fuck! Vielleicht einfach die ganze Zeit draufhauen, also du... Also du hast die ganze Zeit gemacht, Mining und dann auf Ori Dingens Kischkack, oder was? Okay. Äh, merkwürdig eigentlich. Gibt's jetzt ne Kischte oder so? Gibt's jetzt ne Kischte oder so? Nein, es gibt keine Kischte, das ist ja unser Ziel. Wo soll ich denn bitte das Eisen hinlegen, ich bin überfüllt. In den Ofen. Also den Ofen reintun. Ich kann den Ofen nicht benutzen! Nicht der Ofen, der Anderen! Komm mit! Bei einem Beutelmann. Da steht noch ein neuer Ofen. Äh, da steht noch ein Schmelzofen. Komm mal hin, wir wollen doch die Palisade fertig bauen. Mach mal die Palisade fertig. Okay, ich guck mal vielleicht in den Ofen. Die, die, die Holzfelder Typen, mach mal die Palisade bitte klar. Ja, was denn? Hä, was ist denn? Ich will das mal sagen, äh, ja. Wie soll ich denn da was in den Ofen reinlegen, bitte? Hä, wie soll ich denn da was... Mach mal die Palisade klar. Ja, habt ihr eigentlich nen Timer gestellt, so? Ich will mal sagen, äh, ist das egal. Völlig egal, grad. Ich will einfach mal, dass mal jemand mit dem Holz herkommt. Äh, wie soll ich denn das Zeug in den Ofen rein tun, bitte? Einfach reinschieben mit dem Inventar! Wie kann man Prospect for Iron machen? Hier muss Iron sein. Prospecting und dann Iron eigentlich. Bei mir... Bei mir kommt kein Fenster, wenn... Bei mir steht, du kannst mit dem Ofen nichts tun. Dann hast du gelitten, musst du es halt droppen. Keine Ahnung, Alter. Das Problem ist, das kann man nicht droppen, weil... Weil man kann es nur irgendwie... Auf den Boden verschütten. Aber es bringt nichts. Ei, 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 ei. Gut, und ich will mal sagen, wir kennen das jetzt mal ganz schnell. Bevor hier wieder Ultra-Getümpel entsteht und alle sich voll kacken und... Warte, Nico, dann geh mal weg. Dann hab ich ja jetzt schon meinen Scheiß. Und jetzt schreien alle rum und schicken noch mehr nach Scheiß. Nico, lass mich buddeln einfach. Ich hab den Mining-Skill jetzt am höchsten, dann kann ich es melden. Du hast den auf 5, verdammt! Und mein verkackter Skill ist auf Prospectic bei mir auf 82. Und der Terraforming ist auf 71. Fick dich, Alter! Ja, aber er braucht es doch! Er ist doch der, der es verarbeitet dann am Ende, oder ne? Wie viel, Anatol, warum kann ich denn in diesen verkackten Ofen gehen und du nicht? Weiß ich doch nicht, Mann. Soll ich hin mal an die Holzspasten? Ey, ist es überhaupt ein Schmelzofen, Mann? Es ist ein Schmelzofen, ja. Bist du dir sicher? Ja. Ja, den hab ich gebaut. Vielleicht ist es kein Schmelzofen. Natürlich, du kannst da Holz reintun und kannst den anmachen, na klar. Ja. Ja, natürlich, aber es gibt ja auch einen normalen Ofen. Vielleicht gibt es ja einen speziellen Ofen, extra für... Es ist ein Schmelzofen. Wenn du glaubst, es ist ein Schmelzofen. Warum soll das keiner sein? Ah... Ja, wenn er... Ich... keine Ahnung. Na gut, ich würd erstmal sagen, haut rein, Leute! Bis dahin! Halte rein. Ciao, ciao.